dann suchen wir den nächsten boss los flieg das auch irgendwas Oh Und da kommt der nächste Schon der nächsten Boss Gift Junge, Junge Das Gift haut schon rein Alter Scheiße Nein, voll daneben Das ist immer ärgerlich Oh Gott, diese Kugeln Aua Mist Ja Lange mir Hinterher gerannt ist Boah Ich bin auch noch Voll reingerannt Diese dummen Kugeln Na toll Jetzt muss ich da wieder hinfliegen Ah, ist ja auch ein bisschen dumm Hier ist natürlich jetzt ein Bosskampf nach dem anderen Das ist natürlich klar Muss einfach so gucken Wo so freie Plätze sind Und da ist ein Bosskampf Aber diese Scheiß Giftkampf Giftkugeln Das ist halt auch wieder echt Bisschen dumm Oha Das gibt's doch nicht Oha, Alter Was macht er denn alles wieder Was macht er denn alles wieder Nicht so einfach Nicht so einfach mittlerweile Die Bosse sind ganz schön knackig Ah, ist super Hab ich auch noch Leben verloren Du blöder Hund Ja Ich- Ich- hole Ich- versuch Ja Ich- B Es L Ich- Alter! Alter! Nein! Ach, Mann! Ah! Wieso kann ich dem eigentlich nicht ausweichen? Oha, Alter! Und tschüss! Nur einen goldenen Faden! Echt? Ich dachte, es gibt ein bisschen mehr! Ist das hier eine Kiste oder so? Nicht wirklich, ja? Was ist das für ein Geräusch? Ist das schon der Nächste? Ja! Und ich habe hier einen Geräusch! 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 Ah? Wow! Ah, da! Wow! das ist zwar wieder natürlich daneben Aua! 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 Piss dich, du hässlicher Himmelskrieger! Alter! Ja, ist gut jetzt! Aua! Das ist ein Wildschwein. Aua! Herzliches Wildschwein. Aua! Das ist Jindujun! Miau! Was war das? Oh, was ist das denn? Eine riesige Grille! Alter, was zur Hölle? Jooo! Johohohoho! Genau! Boah, Alter! Springt da durch die Gegend Die ist bestimmt heftig Aber egal Ich würde nur gerne irgendwie Einen Savepoint hier finden Damit ich die nicht immer suchen muss Ich lande jetzt einfach auf der drauf Alter Okay Ich wollte einfach auf der drauf landen Naja hat nicht so funktioniert würde ich mal sagen Aber jetzt bin ich wenigstens wieder voll Jetzt muss ich sie nur wieder suchen Die springt immer von Ort zu Ort Die ist nicht immer am gleichen Ort Super Riesengrille Natürlich ist sie jetzt nicht mehr da Ja 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 Sie gehört Sie da hinten Ja 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 Alter, du blödes Mistvieh. Alter, du blödes Mistvieh. Alter, du blödes Mistvieh. Alter, du blödes Mistvieh. Du blödes Mistvieh. Oha. Hast du gedacht? Oh nein, scheiße. Ey, was ist jetzt los? Ich kann nicht mehr laufen. Alter, was war das denn? Oha. Ah! Oh mein Gott, ich sehe nichts. Oh, Fettsack! Fettsackvieh! Das langsam anschleicht. Guck mal was an. Na ja. Oh nein. Aua. Ich sehe nichts, Alter. Mann, diese Kamera. Aua. Nein! Ach komm! Ach komm, der war doch schon fast tot. Ach so, ein Müll. Der war doch schon fast he. Hm. 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 Erhöhter leichter Angriff. Ah. Hm. Erhöhter leichter Angriff. Für alle Brands und... Ah, gut. Zweimal den. Hm. Beschleichter Aufbau von Fokuspunkten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch besser ist. Für den Schadensbonus. Das ist, glaube ich, besser. Zweimal das Gleiche da. Okay. Ach so, die, die, ja. Bluetooth. Wolken. Ja, ist klar. Okay. Ah. Das Nilpferd hatte ich doch fast. Das ist echt behindert. Muss ich das wieder suchen? Und das war irgendwo da hinten. Was? Hier in der Ecke? Nee. Was ist das denn? Das wäre ja irgend so ein Steinwesen. Haha. Der klatscht einfach. Sohn der Steine. Haha. 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 Oh, jetzt wird das sauer. Ah, verdammt. Voll daneben. Alter. ? Yeah. Yo.' Ich Edンタ. Ich war mir das. Ich kann nie schneiden. Ich kann nie Daten. Ich kann nie. Was ist dann einerắn Kathe? Elite. Ich kann nie nach vorne. Ich据 кому hinaus. Ich kann hier. 些 Mü vem. Sie können sehr. Fass das ist. Alter, wow. Alter. Jetzt gibt ihm. Okay. Junge, Junge. Alter. Er kommt schon. Alter. Aua. Verdammt nochmal, Alter. Das war's. Du Hund, Alter. Jawohl. Wieder einer weniger. Einer goldener Faden. Wieder. Hier kriegt man nur goldener Faden, ne? Ein Boss nach dem anderen. Jetzt so ich das scheiß Needfell. Das Problem ist nur, dass ich jetzt schon fast keine Mana mehr habe, wieder. Müsste ich eigentlich zurück? Gibt's hier nirgends mehr einen? Ah, der Baum hier. Jetzt. Das ist auch einer. Gut. Hast du denn? Sehr gut. Hier ist doch irgendwo... Warte mal. Also wenn hier so ein Schrein ist, dann musst du hier irgendwo ein Boss sein. Aber wo? riesiger Baumstamm. Was war das denn? Warum nehm ich denn das? Bin ich dumm? Muss ich dorthin, wo die Blitze sind? Dann verraten wir die Blitze, wo die Gegner sind. Also die Bosse. Das kann durchaus sein. Oh, ich sehe. Das. Das. Hehehe, ich halte mich jetzt fest. Los geht's! Boah! Boah! Aua! Ja, super. Das hat er ja gut hingekriegt. Wo ist jetzt hin? Ja, okay. Ist wieder so einer. Wie viele Giftlinge muss ich denn noch töten? Sehr gut. Was ist das? Aua! Alter! Ach komm, dieses Drecksgift! Verdammt! Alter, wie er voll übertreibt mit seinem scheiß Sturmangriff. Oh, was war das mit der... Alter, da gibt es so viele Geheimnisse. Was muss man denn mit der Ding machen, mit der Heuschrecke da, mit der riesigen Heuschrecke? Muss man die töten oder was muss man denn machen? Ah, jetzt mache ich nochmal kurz das Minilpferd, Alter. Das ist nämlich einfach. Ach, wo ist denn das? War da hinten irgendwo. Ah, da ist die wieder. Was muss man denn da machen? Hä, ich check das nicht. Was muss man denn da machen? Junge, die ist so schnell. Na, egal. Ich wollte zum Minilpferd, machen wir das. Dass ich was sehe! Junge! Junge! Honey... Ja... ja voll daneben verdammt nochmal ja Bleib doch mal da jetzt. Alter, wieso trifft mich das denn? Badekar! Warum verliert er dauernd die Peilung? Weil sich das blöde, wie ich immer... Nein, ahhh... AHHHHH! Aaaaah Ach scheiße, ich bin schon wieder an einem Stuhl Aaaaah Oh, komm doch raus! Aaaaah 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 Aaaaah, Mann ey Aaaaah 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 Ach komm schon Ist doch gleich tot! Also geht doch Endlich Gibt's hier nirgends ne Kiste? Kein Boss gibt irgendwas außer den Materialien für Herstellung Voll schade Aaaaah Aaaaah İst Aaaaah Aaaaah Mal kurz noch mal. Mal kurz aufladen. Was ist das? Achso, ah. Was ist da hinten? Nur so aus, oder? Ja, ich wusste nicht, wie viele Geheimnisse es hier gibt. Ja, ich wusste nicht. Hä, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ja. Muss ich drauf bleiben. Junge, springt sie aber gleich weg. Ja, ich weiß nicht, wie viele Geheimnisse sind. Hä? Bleibt doch stehen! Egal. Wo war denn der Giftling jetzt? Was? Der Giftling war doch hier irgendwo. Tja, keine Ahnung. Flieg mal zu dem Gewitter. Oha. Oha. Ich will gar nicht wissen, was da für ein Boss räumt jetzt Alter, haben die sich selbst umgebracht oder was? Wer oder was kommt denn da jetzt? Stop it! Idiot! Boah, ein riesiges Nashorn. Okay, schönes goldenes Horn hast du. Gucken, was das so drauf hat. Alter. In meinem Ernst? Hallo? Oh nein, was hab ich gemacht? Alter, wie trifft man das? Na wa? Na wa? Ja, aber das Horn abgebrochen. Der hat kein Horn mehr. Ah, bleibt doch stehen, Junge. Ich mag solche blöden Viecher nicht. Ah, jetzt ist es wieder da. Alter, ja, ich war noch nicht mal aufgestanden. Ja, es kommt ein bisschen zu spät. Okay. Stop it! Idiot! Aber warum ist hier alles so mit Leichen übersät, bitte? Ah. 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 Das war's für heute. Mach, komm Scheißkerl Was war das denn, ich hab, scheiße, ich hab die Attacke gewechselt Alter, warum schlagt ihr immer alle gegen's Horn, ihr Deppen Ich hab, Scheißkerl oh nein ich habe gerade ansetzen wollen zum trinken alter alter hat bestimmte zweite phase safe hat er eine zweite phase das hat er eine cutscene also hat es ganz sicher eine zweite phase ich will gar nicht wie ich will gar nicht wissen wie die zweite phase geht ja also Da war, das war gar nichts. Okay, nochmal. Nein, nicht trinken. Ah, zu spät. Aua. 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 Oh, was ist was, Alter? Ein hässlicher Frosch und irgendwelche Ritter. Ah, nein, er hat mich geschluckt. Lass mich los. Alter. Ach, die kämpfen gar nicht gegen mich, die kämpfen gegen den Frosch. Ja, dann lass ich den ein bisschen hier den Frosch bearbeiten und dann kümmere ich mich um den Frosch. Macht mehr Sinn. Hey, jetzt ist der ja... Ah, ich fuck grad sagen. Das gibt's doch nicht. Ach, komm schon. Alter. Lass mich raus. Oh, ein ekliger Hans, Alter. Alter. Das ist einer der schwersten Frösche, Junge. Oh, Alter. Alter. Ja, über drei bitte. Ja, genau. Reißt den Boden auf und, keine Ahnung, wirft Steine. Ja, was ist das für ein Frosch? Alter. Dieser Boss Rush hier ist schon böse. Hier ist jetzt absoluter Bosch, 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 Bosch Rush. Hier gibt's ja gar nichts mehr zu finden. Nix, null, nada. Finde ich voll schade. Aua. Aua. Los, schnapp den! Bleib doch nicht stehen! Achso. Nein, jetzt gibt's... Ja, hallo. Ja, ist ja okay. Ah, zack! Erledigt. Sehr schön. Okay. Einen Froggy hab' ich auch. Okay. Geht's hier oben drüber? Ah ja, da geht's weiter. Achso, da war ich ja. Oh geil, dann kann ich kurz... Wo ist der denn da? Ich muss mich kurz aufladen. Kurz rasten. Okay, da geht's nicht weiter. Was ist das? Wie kannst du nicht landen? Warum nicht? Okay. Und so ein Wasserfall, da ist bestimmt auch irgendwas. Punkt of Interest. Oder auch nicht. Wie groß ist denn das Gebiet? Wo geht's denn da hin? Wo bin ich jetzt wieder? schon ein riesiges Gebiet hier. Ja, da war ich schon. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. euch da eine andere Waffe oder so. Wer weiß. Ich weiß noch nicht, wie geht das? Ich check das nicht. Wie geht das? Brauche ich erst die Handschuhe, wahrscheinlich. Huff! Hoppla. Wo ist denn der andere? Stinkling da oder Giftling? Wo ist der, der mich getötet hat? Keine Ahnung. Wo ist er? Wo ist der? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Darunter komme ich nicht, oder? Doch. Aber es geht nicht runter, ey. Hallo, Matoyo. Wo war der Blitz? Der war ganz nah. Das heißt, hier ist irgendwo der nächste Boss. Das war's für heute. Geht's da weiter? Ja, aber... Wo ist denn schön? Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott. Man kann jetzt überall runterfallen. Das wissen, wo der Blitz einschlägt. Da muss ich als nächstes hin. Das war's für heute. Ja. 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 Da ist eine Felsspalte. Ah, da geht's weiter. Oha. Was ist das? Ja, was ist das denn? Warte mal. Hier gibt's kein Schrein. Oh mein Gott, hoffentlich finde ich den wieder, falls ich verliere. Ja. Ja. Was ist das? Ein riesiger Fels. Ist doch kein Boss, oder? Das sieht aber fast so aus. Nein, okay. Das wirkt aber wie ein Boss. Ah, wahrscheinlich muss ich erst diese... Alter. Okay. Okay. muss ich erst diese Kleinen erledigen, diese Giftlinge. Dann wacht der große Giftling auf. Alter, das ist ja... Der ist ja Meter hoch. Schade. Hab schon gedacht, ich hab's gefunden. Aber nein. Ich hab's gefunden. Was ist eine Schleier-Höhle? Okay. Oh, das ist der Ole Mischnitz. Hä, da geht es gar nicht weiter. Loll. Dann kann ich nicht auf die Wolke aufsteigen, warum? Dann kann ich nicht auf die Wolke aufsteigen. Dann kann ich nicht auf die Wolke aufsteigen. Jetzt kommt bestimmt auch wieder ein Boss. Hier drinnen. Das ist die... Das ist die Säule, die Wukong angefasst hat. Und so zu seinem Stab wurde, als er eine Waffe wollte. Aber die war eigentlich unter Wasser. Na ja, gut. Jetzt hat er sie halt hier gelagert. Darf ich vorstellen? Mein neuer Stab. Meine neue Waffe. Das ist die Säule. Das ist die Säule. Aber wie kriege ich die? Da brauche ich wahrscheinlich erst die gesamte Rüstung, um die zu kriegen. So ein bisschen riesig, ne? Kann ich mir nicht irgendwie in die Hosentasche stecken. Hä, warum gibt's hier kein Ding? Oh, wahrscheinlich die komplette Rüstung. Mir fehlen noch die Handschuhe. Verdammt. Verdammt. Das ist die Säule. Ich muss noch die Handschuhe haben. Dann krieg ich sie bestimmt. Dazu muss ich auch die Handschuhe erst mal finden. Au. Warum gibt's hier eigentlich kein Ding? Kein. Na ja, gibt's nicht, ne? Das ist natürlich dumm. Kein Schreien hier. Ich muss noch den Boss finden, der meine Handschuhe hat. Da muss irgendwo sein, wo Gewitter ist. Oder die Heuschrecke. Aber da brauche ich bestimmt auch die Handschuhe. safe. Weiß nicht, ob das Gewitter das anzeigt, aber ich glaub schon. Wo war das? Wo war das? Ich hab's wieder nicht gesehen. Nicht da oben an dem Baum. Da war ich, glaub ich, schon, ne? Da ist nix. Ich hab's. Das war's. Das war's. Was ist denn? Was ist denn? Die roten, das ist glaube ich das Schlachtfeld des Kirsches gewesen. Das ist ein bisschen Leben verloren. Oh mein Gott. Wie viele Schreine habe ich denn jetzt gefunden bis jetzt? Das hier ist schon ein bisschen open-worldiger, würde ich mal sagen. Gottes anbetige, ja, also ich hab gedacht, hier wär jetzt auch einer, weil normalerweise an jedem Storyboss war hier ein Ding, ein Schrein in Kapitel 6. Aber irgendwie wohl doch nicht. Gottesanbeterin, ja, wo Gottesanbeterin? Die muss ich wohl rauslocken mit der Ding wahrscheinlich. Mit der riesigen... Wo ist sie? Ja, mit der muss ich so wahrscheinlich rauslocken. Aber ich weiß nicht, wie ich mich festhalte. Rechts festhalten. Ja, ich halte gedrückt. Verdammt. Okay, ah, ich muss gedrückt halten. Okay, alles klar. Mal halt warten, bis sie wiederkommt. Und so... Oh, mein Ding, so lock ich wahrscheinlich die... Die Gottesanbeterin raus. Was ist das? Ach, das ist einfach nur ein Lichtschein. Ich dachte, das wär irgendwas Interessantes. Das ist einfach nur ein Lichtschein. Mal halt wieder warten, bis sie kommt. Bis sie auftaucht. Komm nicht mehr. Hüpft irgendwo durch die Gegend. Das ist eine Verteidigung. Ich sag, das ist ein Lichtschein. da sie ist wieder da sie ist wieder da ich warte bis sie hier oben ist das halten schnell okay bei dem war sie auch schon scheiße muss ich dafür stärker sein oder das doch scheiße wie viel leben braucht man denn da ja 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 vielleicht muss ich auch gegen ihn kämpfen ja 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 Er steht einfach halten und ich sterbe aber es ist es 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 ja Alter Scheiße Aua Aua So Das juckt den gar nicht Komisch Wie soll ich den dann besiegen? Er ist ja bestimmt weg Klar ist er weg Hm Schon seltsam was ich jetzt machen Ich blicke nicht was ich machen muss Ein bisschen War es wieder ein Giftling? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Ach, ich hasse dieses Scheiß-Gift. Wie viele Giftlinge gibt es eigentlich, ist die Frage. Es gab noch irgendwo einen auf dem Berg. Der hat mich gekillt, aber ich weiß noch nicht wo. Jetzt bin ich so hier. Naja, das macht keinen Sinn. Ach so, ich weiß wo ich bin. Hier ist der Schrein, ne? Ah, ich bin da. Okay. Okay. Ich will hier. Ich bin ja von hier gekommen. Von hier bin ich gekommen. Oder? Ein Plan erreicht. Ach, da ist der Weg. Da ist eine Kiste. Oh. Da ist eine Kiste. Ist das die Kiste? Im momentanen Erleuchtung. Oh, cool. Oh. Nice. Das ist diese Rüstung, wo er gesagt hat. Vielleicht brauche ich diese Rüstung. Lol. Dieses neue Erwecken des großen Meisters erhöht Verteidigung. Oh du meinst vor! Dann brinke ich die Abklingzeug des Lähmungszauber. Oh, oh. Das ist wohl die Rüstung Aber die ist nicht besser als die Aber ich weiß jetzt echt nicht Wo kriege ich meine Handschuhe her? Ich brauche meine Handschuhe Ne, warte mal Geht es da hinten noch weiter? Ah, wo ist es da? Ah, ok So, da ist wieder Die Heuschrecke, die ich nicht töten kann Werde mit dir, ich muss noch Ein Giftling umlegen Und dann kann ich den Großen erledigen Den Großen Kann da nicht so schwer sein Den Boss zu kriegen irgendwie Rauszulocken Der springt da über die Berge Der springt da über die Berge Wo springt der jetzt hin jetzt? Jetzt springt der über den Berg Ah Warum? Naja, woanders bin ich jetzt nicht gelandet Nein Okay, nein Hier scheint es irgendwie noch so einen Weg zu geben Oder auch nicht Das gibt es doch nicht Ich Das ist alles Wie wird es denn hier? Ja Ihr habt es richtig Ihr habt es gefahren Ihr habt es 요 Wenn der Ihr habt es Naja Ihr habt es Irgendwo schlägt der Blitz ein, aber ich weiß nicht wo. Was? Normaler Gegner, glaube ich, oder? Er ist ein normaler Gegner. narrow sind die Menschen durch Sie野 und morphieren. commits." Sie hat mir herausgeinteit. Al ich glaube, nichts Venk. Aber im KreuzGI-Stelle Gib dich dich we 내일 auch um dich an der haul. Ist er nur hier oben dann jetzt? Nein. In den Bergen. Nein, okay. Nein. Ich habe keine Ahnung wo lang. Das war da, wo der Boss war. Ah, da oben ist der Schrein. Gut. Okay, also dann gucke ich mal kurz, Alter, weil das scheint ja doch etwas zu kompliziert zu sein, weiterzukommen. Das mit der Grille verstehe ich nicht. Vielleicht gibt es da einen Hinweis oder so. So, ich gucke mal kurz. Akt 6 Wukong. Genau. Verstecktes Set in Wukong. Ja, das habe ich schon gefunden. Das habe ich schon gefunden. Okay, also. Fangen wir an. Fangen wir an. Okay, ja, die Kiste habe ich gefunden. Okay. Was gibt es denn noch für versteckte Boose? Hä? Willst du mich verkacken? Wirklich? Okay. Ja gut, dann. Reisen. Ja, reisen. Vom grünen Pfad aus. Vom grünen Pfad aus sollen wir suchen. Okay. Oh, mein Gott. Wie dumm. Denk immer, ich rufe so die Wolke und dann trinke ich einen Trink. Jetzt. Los, Jindujun. Dredet, dredet, dredet. Dredet, dredet, dredet. Ah, jetzt hier vorbei anscheinend. Hier rüber. Und hier auf diesem Gebiet. Wie konnte ich das übersehen? Das habe ich... Ja, egal. Hier ist doch gar nichts. Oder habe ich schon besiegt? Ach, das ist der Frosch. Den Froggy habe ich doch schon. Das ist der Froggy. Ja, okay, dann. Dann wieder zurück. Auf der Wolke geht es nicht. Pow, 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 pow. Okay. Also, den Frosch habe ich. Das ist der Frosch. Gibt es noch einen. Ja, der sitzt da. Den habe ich auch schon. An dem See. Okay, dann probiere ich das mal. Gut. Los, Jindujun. Ah, da ist wieder ein Giftling. Okay, da ist wieder. Okay. Aua. Okay. Oh, okay, das Funix. Ah! Ja, hat mich auch noch getroffen, der Hund. Nein, 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 oh. Auf Wiedersehen. Das war der letzte Giftling. Das war der letzte Giftling, oder? Alle Giftlinge besiegt. Okay. Ich denke mal, dass das der letzte Giftling war. Ich hoffe es, sag mal so. Okay. Weiß, erstmal rasten. Und dann reiß mal wieder an den Anfang. Nein, nicht Gottes anbetet. Grüner Pfad. Okay. 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 Entschuldigung. Es macht so Sinn. Einfach ein bisschen logisch nachdenken. Ich weiß, wie ich die Heuschrecke besiege. Was passiert, wenn ich die Fühler anfasse? Ich bin so dumm. Ich verliere ja Leben. Na ja, komm mal hier hoch. Ich verliere. Ich verliere ja Leben. Also, was mache ich? Ich ziehe den Brandschutz an. Ah, aber der ist nicht aufgeladen jetzt. Aber ist ja egal. Fürs Erste baue ich das ja nicht. Erste baue ich jetzt. Oh, 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 oh. Du hast also meinen Hut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, ich wette mit hier jetzt, jetzt muss ich zur Gottesanbeterin bringen. Jetzt hockt er da oben drauf, sucht und dann bei der Gottesanbeterin, dann kommt die wahrscheinlich. Das heißt ja wohl nicht umsonst Gottesanbeterin See. Oder, oder, vielleicht aber auch nicht. Wusste ich's doch, wusste ich's doch. Die wird jetzt groß. Oh, oh. 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 Hey, kid. Kid. Help me out here. Hier. 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 Zweite Phase. Oh oh. Oh oh. Das sind also meine Handschuhe. Okay, alles klar. Ich hole sie mir zurück. Oh. Ei, ei, ei. Boah. Boah. Alter. 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 Boah, Alter. Boah, Alter. Alter, diese Klingen sind ja richtig böse. Die machen richtig gut Schaden, Alter. Boah. Cranker Shit, Alter. Okay, ähm. Ich wechsle ganz kurz. Das brauche ich ja nicht mehr. Hä? Das Gefäß wechseln. Wieso geht das nicht? Ach so. Jetzt. Ja. Ja, oder vielleicht der Wind. Obwohl es dauert immer so lange. Nimm mal die Nadel, wenn nicht dann der Wind. Boah. Boah. Boah, Alter. Boah. 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 Ja, 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 ja. Ja, die Giftklingen. Wir wissen's. Ja, ja. So, jetzt bist du dran Oh Mann, mach doch den Move Ja, danke Das hat aber nicht viel gebracht Aua Boah Alter Nein Oh Mann, Alter Er rastet komplett aus Ja Was ist denn mit dieser Gottesanbeterin los Komplett am Rapprasten Und es hat gar nichts abgezogen Überhaupt nichts, Alter Das ist ja übel Wenig gewesen Die wird ein bisschen hart wieder Hallo Stone Die wird ein bisschen hart wieder Ja Ja, was Was hast du dich auch mit dieser Scheiß-Gottesanbeterin angelegt Ja 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 Das ist okay Ja 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 Oh mein Gott Ja 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 Come on, Alter Wie schnell hat er mich denn jetzt wieder gekillt Ach Komm, Alter Wie viel Schaden macht denn die Drecksau Kackvieg Ähm Nee Für längere Zeit Schaden Sehr gut Okay Und dann noch was für Schutz Schadensreduktion Rein in den Mund Ja Ja No Ich 1 3 Sí Kommt noch mal. Ja, mach doch weg jetzt. Ja, schärf deine Klingen. Ist mir doch egal. Gib mir endlich meine Hände, du Miststück. Jetzt mach doch den Move. Nein, es gibt es nicht. In der Luft. Oh Gott. Was? Oh. Oh. Nein. 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 Oh Gott, nein. Ah. 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 Verdammt. Nein. Was war das? Ach, leck mich doch. Was war das? Ich hab sie doch gestoppt. Ach, scheiß drauf. Alter. Warum? Das war wieder so knapp. Oh Gott, Alter. Wie die abrastet. Die Junge, die ist so in ihrem Modus drin. Aber das war ganz gut. Das trinke ich nochmal. Schadensreduktion. Und dann... Ah, Schadensreduktion. Ach, keine Ahnung. Let's go. Oh. Ah. Ah! Jetzt kommt schon. Jetzt gibt mir endlich meine Handschuhe! Verdammtes Drecksschwieg! Scheiße! Deine Deine Geh! 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 Junge. Komm schon! Nein! Scheiße. Komm schon! Da! Ja! So hätte es vorher laufen müssen. Oh, oh, jetzt kotzt er mich aus. Hahaha. Ich will dich noch einmal mehr, um zu retten, meine Rampen zu retten. Ah, okay. Gehen wir wieder zur Wasserschleien. Ein Wasser-Höhlen-Schleier. Jawohl, jetzt können wir unseren Stab holen, den wir vorher schon gesehen haben. Ja, sehr gut. Jetzt können wir auch die Rüstung wieder anziehen. Ah. Ach, was mache ich denn? Obwohl... Ja, Alter. Die Gottesanbeterin war jetzt schon heftig. Nee, wo war das? War nicht da. Na혀. Und. Ja. 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 Hey, was soll das? Achso. Jetzt kriegen wir unseren Stock. Jetzt kriegen wir unseren göttlichen Stock. Wukongs Stock. Beste Waffe im Spiel, ja, denke ich mir. Denke ich mir, dass das die beste Waffe ist im Spiel. Da ist sie. Jetzt, wo ich die Rüstung habe, kriege ich meinen göttlichen Stock. Oh, fuck. Die Säule, die Wukong den Drachen, äh, den Wasserdrachen geklaut hat. Ich hab mich ein bisschen informiert mit der Lore. Ja, ja, ja. Du musst du ein Yaoguai aus einem anderen Land sein. Ich habe hier noch nie gewonnen. Seit dieser Reise... nichts verändert nach so vielen Jahren. Er hat gesagt, und sagte mir zu Neal... hier, auf dieser Seite. Ah, hier ist es. Ich wusste es. Wukong ist festgehalten, sogar Guan Yin. Er hat es hier gehalten, sodass es zu einem anderen von ihm ist. Jetzt ist es Zeit für dich zu versuchen, Kind. Ja. Ja. Und jetzt ist es noch nicht mehr, wenn ich meine sie in der Nähe. Da war ich. Oh! 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 Oh, 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 oh. Once you have this, there's no turning back. Now, you look exactly like Wukong. You're all set, kid. You look like a fierce warrior. Come with me. Let's find out what that old monkey is up to. Die göttliche Waffe. Also die Waffe, nämlich dem Wasserdrachen geklaut hat, sind die Götter erst aufmerksam geworden auf Wukong. Und deswegen haben dann die Götter gegen ihn gekämpft, was wir am Anfang gesehen haben. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wahrscheinlich letzter Boss. Schmiede. Waffe herstellen. Welche Waffe kann ich jetzt herstellen? Um Gottes Willen. Hä? Die ist vollständig. Die ist vollständig. Noch immer nicht. Kristall des Feuers fehlt mir. Lol. Hä, warum Waffe herstellen? Komisch. Egal. Okay, ähm. Warte, hab ich gerastet? Ja, ne? Nee, hab ich nicht. Brauch ich auch nicht. Oh, okay. Alter, Alter, was ist denn mit dem Stock los, bitte? Ja, ist der stark. Okay. Der geht ja todesamt. Boah, Alter, ich hab den vierten Punkt. Ich hab den vierten Punkt jetzt. Krank. Oh, okay. Ja, die Waffe ist ja todesgeil. Aber sie ist ja auch göttlich. Ja, ich hab den vierten Punkt, ich hab den vierten Punkt, ich hab den vierten Punkt. Okay. Jawoll. Der rast einfach durch. Kann man die jetzt viermal aufladen? Nee, ne? Das ist jetzt vollends aufgeladen. What the fuck? Verpisst euch. Nicht göttliche Wachen. Keine Chance gegen mich. Ah, Mann. halter ich kämpfe mich den berg hoch zu diesem alten affenpriester wo ist der da oben ist ja der kokon von wukong aber sie wollen mich noch immer aufhalten das schafft ihr nicht ich befreie wukong oder werde selber zu wukong ich glaube eher man wird selber zu wukong als man ihn befreit weil hallo man hat alles an man hat seine waffe ist man wukongs reinkarnation kann mir gut vorstellen man kann nur nicht reden wo kommt er reden der hier nicht hoher hoher wie viele alter wie übertrieben Was bin ich denn auf dem verfluchten Berg? Warum nicht einfach mit Jindujun hochgeflogen? Ähm Ah Aua So, wir sind nicht mehr weit vom Ende entfernt hab ich so das Gefühl Aha Das Affental Oder so ähnlich Ich bin nicht mehr weit vom Ende entfernt Okay. Boss time. Da ist er. Er sagte, wir finden ihn hier, aber ich sehe nicht einen Tränen von ihm. Es ist nichts, aber ein Ruck hier. Was soll das sein? Ja. Da drin ist er gefangen. Das Ruck muss sein, das Ruck muss sein, das Wukong hält. Ich habe ihn ein Knochen, aber nichts hat passiert. Vielleicht solltest du einen näheren Blick haben. Okay. Als ob wir den befreien jetzt. Jetzt sind wir in seinem Gefängnis, wo die Götter ihn eingesperrt haben. Ja. Ach, da ist der Affenpriester. Du bist hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Ein Schritt nachher? Hey, der Monke. Ich hoffe, das ist nicht ein ein-Way-Way-Trip, ist es? Nicht alles Leben ein ein-Way-Way-Trip? Als du auf die Reise auf den Weg gehst, gibt es keine zurückkehren. Ich bin jemanden, er hat mich mehr zurückgelegt. Ha, ha, ha. Ja. Ah. Ha. Ha. Was ist dieses Place? His Memoriens? Yes. Oh. Oh, krass, wie das aussieht. Lass seine Augen auf, dann schreit sie ihre Rechte. Nicht besser als der Black Baron Jinsh, ich sage. Er kann nicht einen Augenblick auf die Feier der Dinge, während der Buddha übersteht die drei Regeln? Na gut, ich glaube, das ist nicht wahr. Wie schrecklich. So, not content with his kingdom and title below, he asked for a position in the Celestial Court. But soon after his wish was granted, his joy turned to rage. All because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire Celestial Palace. Years fume at unfavorable news. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better. Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. Yet his weak, frankincere, gave him away. He was a master. Opposing as an idol, he degraded the gods. Clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. Nose in the air, feeling above others. I say he was no less insolent than that yellow-brow brat. Wait, isn't it that... the lady of some sort? It was her tricks that made master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. Three times he broke her into pieces, convincing himself his heart would ache no more. Oh, yet, as you must know, he had never let go of her. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Yeah, that was a doctor. On this matter, he was a kin to you and your many darlings. No matter where you are, you'd always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Bajir. Can you see? Many of your good friends are here. We're just fair-weather friends, that's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. These old buddies. I think none of them ended up well. Indeed, for ages, countless gifted souls have walked this earth. Yet of them, how few have forged everlasting greatness. Do you know why? Injustice? Never has it been just. Miss Fortune? Fortune is simply humility in the mighty. Well, mehaps, they simply lacked my charm. Gifted they may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease, yet crave the renown. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both, yet nobody can, and nobody should. Such was the folly of the Bull King and Wukong. Destiny's favor calls for the resolution to sever all desires. You should mark well with these words. Hello, Andre. Hold on. This can't be Wukongs memory. You're fooling us, aren't you? Ah, five of the six relics called for one. Bajir, tell me which. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind, mind, it's mind. What did you just see? The three of us? Yes, that was the last one. Oh, I see now. It was you. I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong. Yes, and no. Come to the chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, five of his six senses endured and were taken by the Yaguai kings. Only his mind was lost. Mind is the first of the six. It's the essence unique to every life. Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold on. You mean Wukong's gone for good, never to return? You old bastard! You've been lying to us all this time! That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor. One who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Nameless you were. Yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not! Thun Wukong is long gone! Thun Wukong! Vajja, Deep Town. You know he wasn't all that perfect. Now that he is dead, this one perhaps shall bear the name in his state. Vajja, Deep Town. I'll keep your death with you no further. This task is yours alone. Sun Wukong left behind a broken shell, stripped of all his sick senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. Wenn Sie wirklich den Einzelnen sind, Sie müssen den Segen des Segen des Segen und verbinden die Segen in einen. Dann werden Sie den Einzelnen beginnen. Nein, nicht auf seinem eigenen Weg. Er ist nur ein Kind, der nichts kennt. Ich gehe mit ihm. Dieses Ort ist von Wukong-Obsession. Es lässt nur sein Relic-Behrer auf den letzten Ordeal. Wir können ihn nicht mehr abschorten. Seid es für Sie selbst. Hörst du mich? Du kannst immer ran. Du musst nicht den Namen Wukong haben! Ich will aber! Episch! Na, dann zeig mal, was du drauf hast. Gefälschter Wukong. Los geht's. Okay. Boah. Bin mal gespannt auf seine zweite Phase. Oh! Okay. Oh! 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 Okay. Komm! Wuh- Oh, steh doch auf! Ja, ist okay. Oh, wow. Er hat die gleiche Kraft wie ich. Naja, aber... Das ist nur erste Phase, ich weiß es. Okay. Jetzt kommt, gib mir die zweite Phase. Was? Oh! Oh, der Drecksack! Jetzt gib mir die zweite Phase, komm! Ja. Oha! Oha! Oh! Oh! das gibt es doch nicht wo ist er jetzt hin was jetzt gibt es zwei er hat sich auch verdoppelt so ein hund da kann die ganzen tricks wie ich nur dass er jetzt zwei hat oder seit wann kann der eis alter nein da war ich hab doch ausgewichen nein das gibt es doch nicht ich schwöre ich hatte diese kraft attacke ja einfach jetzt mit zwei kommt der hund egal junge junge steinäffchen das ist wohl die seele die idee der geist von wukong ach guck das habe ich noch gar nicht aktiviert ach das ist schon aktiviert automatisch okay die prüfung geht weiter ach scheiße dann verliere ich das dachte ich verliere das nicht wenn ich ausweich das ist das ist das ist das ist Ah, komm. Ja, sobald. Ich bin ein bisschen sauer. Komm schon. Ja, jetzt. Das ist ... Boah! Esel! Über Cristo! HUH Uh! inefficient bien Horrore Jaieren Nein, Alter. Ach, komm. Wieso denn? Wegen dem Kackeis, oder was? Ach, komm, Hals, Maul. Äh. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Alter, wie vieles abziehen. Ach, scheiße. Ja. Ach, komm, Alter. Ach, ein Müll wieder. Ja, ist okay. Ach, all. Ach, okay. Ach, okay. Och. Ach. Ich habe mich trotzdem erwischt wieder der Hund Hallo Hunter Jetzt aber Aua Oh Gott Ja Das ist doch nicht Wo ist er denn Ja was macht er all das Was ist mit dem 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 Oh Gott sei Dank Nein Verdammter Penner alter Alter Wo ist er Ja Wo war der Ja Ja Alter dieser scheiß Eis Wie lang bleibt denn sein Doppelgänger Das ist ja richtig unfair Ja Ja Wieso trifft denn immer alles Ja Trink doch Ach ich habe nichts mehr Okay Ich habe so gut wie verloren Ja Ja Wie Wie bitte Wie alter Ja ist klar Ist klar Gegen zwei wie unfair Ja Ah Le Zack Nein Ah Du Idiot Das ist ja Das ist ja Mann Ich weiß nicht Aber wie vieles abzielt Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wie schneller gehen Oh Ah 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 Oh 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 Na, ist weg. Fuck! Ja, wieso trifft er denn die ganze Zeit? Hm, das war nicht so gut. Boah, Alter, das ist so heftig, wie viel das abzieht. Okay. Phase 2. Okay. Was? Au, au, nein, verdammt, alter. Ah, er ist okay, er ist okay. Ach, Mann. Ja, das hat mich gar nicht getroffen. Ah, so, jetzt bringt er seinen zweiten wieder. Ah, so, jetzt bringt er seinen zweiten wieder. Ach, komm schon. Ah, ja. Ah, ja, das ist so übertrieben, bitte, dass die jetzt zu zweit sind. Ah, nein, nein, nein. Boah, war's knapp. Na, komm schon. Jetzt, nein. Ach, komm. Alter, komm schon. Oh, Mann. Oh, Mann, diese Scheiße immer. Ah, nein. Komm schon, komm schon. Komm schon. Und zack, und auf Wiedersehen, Wukong. Yes. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Cool, dass es gemacht ist. Okay, auf die Knie jetzt. Oh, was? Eine dritte Phase? Eine dritte Phase? Nein. What? Jetzt ist er endgültig da. Die leere Hülle des großen Weißen. Alter. Alter. Jetzt ist er zurück. Er stellt mich auf die Probe. Oh, er kann alles, was ich kann. Ja! Ja! Ja, und ausweichen kann er auch. Aber wie? Wie ein Profi. Alter! Alter! Du Drecksack, Alter. Was hat er gemacht? Komm schon! Ich weiß, das ist nur erste Phase. Danach machst du richtig ernst. Nein. Ah! Oh! Oh, Junge. Wie er lacht. Wie er Hund. So, jetzt ist Schluss. Was? Das ist alles ausgewichen. So, ein Drecksack. Was kommt jetzt? Oh! Nein! Oh mein Gott! Da! Da! Was? Nein! Boah! So, das war's. Oh, das war's. Oh-oh. 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 Scheiße. Jetzt hat er sich seine Teile geholt. Ja, ist okay. Ist okay. Jetzt geht er ab nämlich. Oh-oh. Ich hab's get... Ich hab das nämlich nicht mehr. Der Hund. Oh. 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 Oh, Gott. Oh-oh. Nein. Nein. Ah. Alter. Oh Mann. Oh Mann. Oh? Oh oh. Was zur Hölle ist das denn? Yo. Alter. Verdammt daneben. Ach nein. Aua. Alter, wenn ich auch so kämpfen könnte, wäre nicht schlecht. Henner. Ah. Aua. Oh. Wow. Was? Was? So ein Drecksack. Was soll das? Hat sich wieder geheilt. So ein Drecksack. Was? 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 Alter. Wow. Oh Mann. Oh Mann. Was? 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 Das war ja voll daneben. Boah. Ja. Ist okay. Ja. Ja. Der hat mir einfach meine Gurte geklaut. Das ist so ein Hund, Alter. Wow. Wow. Hoffentlich muss ich jetzt nicht noch den Steinaffen wieder machen. Boah. Ne. Muss ich nicht. Aber wie er einfach viermal kommt. Viermal. Oh. Oh. Ein bisschen unfair. Ja. Ach, Mann! Ich muss mich einfach nicht in Ruhe. Was ist einfach entkommen, Alter? Wie kann er denn den Stab werfen? Das kann ich auch noch nicht. Das kann ich auch noch nicht in Ruhe. Das kann ich auch noch nicht in Ruhe. Ach. Ach. Alter, was? Der hat sich wieder komplett geheilt. Was ist das, Alter? Er hat voll geschmückt. Ja, wie so ein Ping-Pong. Was ist mit ihm? Und das juckt ihn überhaupt nicht. Oh, Bruder. Wie soll ich den besiegen, Alter? Der hat sich ja komplett wieder geheilt. Hat er mir wieder die Kurte weggenommen, oder was? Au. Naja. Okay. Okay. Na, super. Alter. Alter. Oh, Alter. Der ist so heftig. Treff ihn einfach nicht mehr. Oh, Junge. Oh. Oh. Er hat so viel Zauberkraft, Alter. Wie macht er das? Er hat so viel Mana. Ich hab nicht so viel Mana. Alter. Oh. 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 Mann. Mann. vor allem als die affenbande da hatte ich habe überhaupt keinen schaden gemacht 0 vor allem so ist es ja machbar das ist ausgewichen Das ist aber auch schon ganz gut Der dritte Punkt reicht eigentlich schon Das ist ja echt ich hasse es warum treffe ich ihn nicht Also geht doch Boah alter Also geht doch Auf geht doch Sorry Was war das? Das ist ja Was ist das, war das? Was gibt es doch nicht? Der haut immer ab. Okay. Okay, vierte Phase. Ah, dein Ernst jetzt. Oha, oha, oha. Ja, ist okay. Alter, ja, ist okay. Kämpf weiter. Alter. Okay, ist okay. Nein! Ach, komm. Ja gut, ich habe ihn noch nicht so viel abgezogen. Ja. 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 Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Du kannst halt alles, ne? Du kannst alles. Sag ja, kannst alles. Der kann einfach alles, Alter. Der kann 10.000 Moves auf einmal. Ja, der muss nix aufladen. Gar nix, Alter. Das ist so Blödsinn. Der springt in die Luft. Macht sein Drehsalto eine Chance, Alter. Immer trifft mich das. Ja. 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 Stop it! Was? Naja. Kann ja genauso aus solchen wie ich. Alter. Wie er einfach alles ausweicht und mich angreift. Ist klar. Und dann auch noch mit einer Superattacke. Nein. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Junge, du gehst mir so auf den Zeiger. Junge, echt. Ja. 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 Jetzt sind wir hier. Bis zum nächsten Mal. Jetzt auch Alter lasst doch meine güte meine güte Ja Also, die vierte Phase ist absolut crazy, Alter. Junge, wie machen Sie das? Ich habe trainiert. Jetzt mache ich dich fertig. Und los! Scheiße. Aua. Oh, es verprügelt ihn. Oh, es verprügelt ihn. Oh, es verprügelt ihn. Komm jetzt! Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt noch drauf hast. Alter, hat mich trotzdem erwischt, ne? Von jetzt? Die Leute, sind wir los? Ah, bah. Ah, man! Los geht's. Verdammt, ausgewischen. Verdammt, ausgewischen. So, wie kann's denn? So, wie kann's denn? Wenn man sich ein Bewerber macht, hat man einen Bewerber bestellt. Es gibt es doch nicht! Alter! Das gibt es doch einfach nicht! Und damit sein wundu dadu 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 dadu! AAAAAA. Junge 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 Junge. Das war's. Oh, 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 oh. Komm jetzt. Ah, va. Ja, Mann! Ich weigere mich einfach, mich geschlagen zu geben. Ich weigere mich einfach! Ich schaffe den! Oh, zack, Alter! Ich hab doch gedrückt! Ja, Mann! So kann's weitergehen! Ich weigere mich! Ah, scheiße! Das wollte ich jetzt gar nicht! Ah, das wollte ich jetzt nicht! Scheiße! Ich weigere mich! Ich weigere mich! Ich weigere mich! Ach, scheiße! Das war natürlich dumm! Ich weigere mich! Ich weigere mich! Hier, spiel mit der Nadel! Ich weigere mich! Ich weigere mich! Ich weigere mich! Nein, nein. Ja, ja, ja. Ah, du, dein scheißverdammter Feuerkreis, Alter. Au. Oh, Scheiße. Nein. Nein. Nein, ich bin ja wieder da. Scheiße. Oh, das war aber knapp. Ah, ah. Nein. Mann, 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 Mann Wow, wow, wow Komm schon Nein, nicht so Nein, nicht so Nein, nein Nein Oh, Junge Du und dein verdammter Feuerkreis, Junge Ja Nein Nein Nein, lass mich los Egal, scheiß drauf Nein Komm schon Komm schon Komm schon Nein, Alter Das gibt es nicht Das darf doch nicht wahr sein Ich hatte ihn fast Das gibt es doch einfach nicht Warum ärgert er mich so Warum ärgert er mich so Warum, Alter Warum ärgerst du mich so Junge, Junge Das ist okay Das ist okay Oh Ausgewichen und gleichzeitig zugeschlagen Wie geht sowas Nicht mal ich kann das Oh, und dein scheiß Feuerkreis, Junge Nein 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 Ach, komm schon Ich habe ein Ich hab eine Ich habe eine Zack. Zack. Ja. Nein, Alter, nein, nein, ach, das war scheiße. Toll. Das war scheiße. Scheiße, Zeit vergessen aufzuladen. Das war scheiße. Oh, du und dein dreckiger Feuerkreis. Hau doch nicht immer ab. Boah, Alter. Wahnsinn, dass der immer trifft. Scheiße, jetzt bin ich da in dem Stein hängen geblieben. Hallo, Thief. Alter, der Boss, der ist so heftig. Okay. Ah, wieso hat mich das jetzt getroffen? Du und dein dreckiger Feuerkreis, Junge. Junge, dass der mich getroffen hat. Was soll das? Boah. Okay. Ja. Ja. Boah. Wir spielen mit der Nadel. Wir spielen mit der Nadel. Nein. Nein. Boah, Alter. Boah. 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 Ja. Der hat gesessen. Boah. 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 Du elendiger, Alter, ich. Ein dreckiger Scheiß. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ja, jetzt komm her. Au. Nein, ach komm. Alter. Na, hier hast du deinen Feuerkreis. Ja. 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 Haben Scham. Ein Schlag jetzt noch. Okay. Jawoll! Der hat endlich mal gesessen. Nein. Ah. Ah. Okay. Jetzt! Okay. Okay. Los, prügelt ihn tot, Junge. Prügelt ihn tot. Prügelt ihn verdammt nochmal tot, Junge. Jetzt kriegst du ordentlich Fresse poliert, Junge. Ei, ei, ei. Jetzt muss ich erst mal mich heilen. Das war schon hart gerade. Nein, 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 alter, nein, du blöder Sack. Na klar. Hätte ich gar nicht probieren sollen. Du und dein scheißverdammter Feuerkreis gehst mir so auf den Zeiger. Ja, okay. Das hat nicht geklappt. Ja, okay. Habe ich ihn erwischt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah, fuck it. Komm schon. Komm schon. Nein. Komm schon. Komm schon. Ich muss dich irgendwie hinkriegen. Irgendwie. Na komm schon. Komm schon. Komm schon. Das gibt es doch nicht. Ah nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, Alter. Das gibt es nicht. Jetzt bist du erledigt. Jetzt mach ich dich fertig. Du und dein verdammter Scheiß- Feuerkreis. Seid jetzt Geschichte. Das gibt es doch nicht. Der lässt mich nicht ran. Nein. 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 Alter, das gibt es nicht. Der macht mich fertig, Alter. Das ist doch fast fertig. Komm schon. Ich bin. Oh mein Gott. Ja. 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 Gib auf! Gib dein Gefäß! Ich bin dein neues Gefäß! Ich bin dein neues Gefäß! Was ist jetzt? Manche sagen, es war nicht ihn, die geboten wurde. Der reale, ihn, war bereits tot, auf der Reise nach dem Westen. Manche sagen, dass die Reise nie passiert. Er ist nichts, aber ein Monk, der in einer Geschichte der Geschichte ist. Aber jetzt, du hörst eine Geschichte, die niemand kennt. Nimm es. Ach so, der krönt uns jetzt. Ach so. Ach so. Ach so. Jetzt sind wir die Reinkarnation von Wukong Sun Wukong Wir sind vervollständigt Jetzt kommt der letzte Boss, oder? Und der ist noch mal härter als der Boss Noch mal 5 Stunden Ich bin der Boss Ich bin der Boss Ich bin der Boss Kein Erwachen? Was? Wie? Warum aus? Das kann doch nicht sein. Ist das das Ende? Ich dachte, der schlüpft jetzt aus seinem Ei und wir sind Bukong und kämpfen jetzt noch gegen den Himmel oder so ähnlich. Das kann doch nicht das Ende sein, oder? Das ist das schlechte Ende, ne? Ich hab das schlechte Ende. Aus, aus, das Spiel ist aus und Zocki ist San Bukong. Das war der letzte Boss. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Wow. Nein, das Spiel verarscht mich. Guck mal, wie kurz die... Nein, das ist noch nicht aus. Alter, sogar die Credits ruckeln. Was ist das? Also, was so... Junge, Junge, der geht ja richtig ab hier. Ja. War, war okay. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. War schon ein cooles Game. Hat Spaß gemacht, ja. Bis wir zu Wukong wurden. Irgendwie. Der Wukong, Alter, der hat mich kurz gebrochen, Alter. Aber tatsächlich habe ich durchgehalten und habe ihn schlussendlich geschafft. Gott sei Dank. Grafik war Bombe. Obwohl ich ein bisschen scheiße fand, dass so ein paar Abgründe so einfach so unsichtbare Wände waren und so. Das hätten sie echt schöner machen können. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen faul gewesen. Aber gut, das will ja nicht so eine Open World sein. Aber ich meine, ähm, hier... Ja, sagen wir mal, Dark Souls ist ja auch kein Open World. Und die haben es geschafft, dass man überall runterfallen kann und sterben. Ja, aber ansonsten war es cool. Die ganzen Designs waren cool. Die Geschichte war so... Mäh. Fand ich nicht so... extrem geil, aber... naja... Und dann musste er halt die Teile von Wukong zusammensammeln, um dann sein Gefäß zu werden. Ich weiß gar nicht, das Spiel spielt vor die Reise im Westen, glaube ich. Weil er wird ja gefangen genommen und dann irgendwann mal wird er befreit und dann geht er auf die Reise. Mit irgendeinem Meister, keine Ahnung. Und das ist dann die Reise im Westen. Das hier war jetzt quasi die Vorgeschichte. Glaube ich. Sicher bin ich mir auch nicht, aber ich glaube es. Ich bin ich mir auch nicht. 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 Ich bin ich mir auch nicht.